Patronfrau! Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Das ist der teuerste Fisch in eures Lebens! Er muss jetzt raus, da gibt es jetzt keinen Patron! Ja, tschö, ja! Jetzt ist er! Pass auf, jetzt nehmen wir den Fisch! Warte mal, pass auf, dass er den nicht... Aua! So, warte mal! Der ist ein bisschen trocken! Aua! 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 Aua!